KITISCHER TREFFER KITISCHER TREFFER KITISCHER TREFFER KITISCHER TREFFER KITISCHER TREFFER Wir haben sie böse erwischt! Oh, ich glaube ich habe seine Kette gekillt. Von dem dicken Kettbewerb. Das muss wehtun! Wir haben sie böse erwischt! Ecke V, Achtung! Ja, der eine, aber jetzt kommt der andere. Das war knapp! Der zieht ihn zurück. Kritischer Treffer! Kann es sein, dass man das hört, wenn ihm so eine Kette kaputt geht? Ja. Dann ist ihm so eine Kette kaputt. Wir haben sie böse erwischt! Oh, da ist noch einer. Marder. Oh, das ist auch noch nicht so. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, jetzt kommt der nächste, gell? Oh, jetzt kommt der nächste, gell? Oh! Kritischer Treffer! Oh! 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 Das haben wir aber krass gedreht hier gerade. Okay. Nein! Oh! 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 Wir wüsten die Artbeer weg. Ja. Ja wir haben aber auch noch Krass HT's. Also es wird eh nichts mehr. Ja! Aber. Da steht der Churchill da und kommt noch nicht mehr in die Richtung. Also einer cappt und einer fährt da rum. Geheim hab ich... Einen hab ich dem noch geblasen. Oh, da sind wir noch draufgegangen. Da haben wir ja jetzt wohl gekämpft wie die Löwen. Das sah auf jeden Fall von oben geil aus. Ja, da konnten wir nichts machen, aber das war echt krass. Also da haben wir wirklich... Alter, schade. Und dem KV ist noch meinen Arsch besorgt. Hat ihm gefallen, glaube ich. Hat ihn ziemlich geärgert, dass ich mit 10 HP da stand. Der KV1S mich von hinten engagieren wollte, immer getrackt wurde. Und der mich, dadurch dass der die... Ähm... ...diesen Anleger von dem Zug da kaputt gemacht hat, stand der hoch. Und der hat mich total gecovert. Der hörte gerade auf, als mein Turm aufhörte. Supergeil. Ja, da kam der andere G von vorne, der hat mich dann gebürstet. Ja, ist halt leider so... Und dann haben wir dem KV noch... ...dem KV noch einen Arsch gepimpert. Oh, wir sind gern cappen. Der geile Panzer IV hat 5 Abschüsse, der geht. Ob ich jetzt cappen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre mir jetzt zu riskant. Nein, wenn die beide angefickt sind... ...hat er ne Chance. Nein, hat er ne Chance. Also den T-34 weiß ich nicht, aber der M4 auf jeden Fall. Der hat noch 200 Live oder so. Der steht aber nicht schlecht. Der ist nicht gut angreifbar. Sofort. Ja, wenn die teilen sich jetzt auf und ficken den in den Arsch. Wenn die sich jetzt... ...wenn die koordiniert vorgehen und sich aufteilen, dann äh... ...hat er keine Chance. Ich mein, das Problem ist, die wissen halt jetzt wo er ist. Ich muss gleich sitzen, der Schuss. Los! Wartet! Oh, Nick! Beriskop beschädigt! Nein! Laut ist keine Deckung, oder? Nein! Pumpst durch! Nein! Jetzt er lädt schneller! Er lädt durch! Nein! 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 Ja, ja, ja.